Die Vorbereitung, die war sicherlich hart für die Jungs. Zufrieden bin ich schon auch mit dem Engagement und wie wir denn in die Saison starten, das müssen wir einfach mal abwarten. Also wir haben ja noch zwei Wochen Vorbereitung und wir haben noch ein Pokalspiel auch in der Vorbereitung und die ersten drei Wochen waren vernünftig. Man muss erst mal reinkommen. Wir haben ja auch nicht so eine ganz lange Pause gehabt. Wir haben relativ früh angefangen, aber insgesamt im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich lege auf alle Dinge Wert, die zum Fußball gehören. Und dazu gehört sicherlich auch ein konditioneller Aspekt, aber auch das spielerische, taktische, technische, alle Dinge, die wir benötigen, um eine gute Saison zu spielen. Wir suchen immer. Wir suchen auch immer Verstärkung, bis auf die Trainerposition, die super besitzt. Wir versuchen jetzt irgendwie erstmal gut in die Saison zu starten und wollen sehen, dass der Ball läuft und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir noch ein paar andere Dinge, die ja nun auch noch im Argen sind. Und wenn wir das alles im Gesamten dann gut abgewickelt haben, dann werden wir sicherlich auch irgendwann mal für die Regionalliga melden. Ob das nächste Saison schon so ist oder ob das übernächste Saison so ist, das müssen wir erstmal abwarten. Oh, er kann das doch. Er kann das doch. Ich hab mich geehrt. Oh, er kann das doch. Bestätigung.